Klappe auf! Hä, was machen wir jetzt eigentlich da, Sascha? Fotos natürlich. Na, Fotos. Von was wollen wir dann eigentlich Fotos machen? Na, von Luca und Henry. Von Luca und Henry? Ah, das ist gut. Unauffällig. Aufgrund des Datenschutzes ist es ihnen untersagt, mit ihrem Mobiltelefon Fotos von anderen Gästen zu machen. Auch unauffällige nicht, wobei ich sie darauf hinweisen möchte, dass diese nicht gerade sehr unauffällig waren. Rückzug. Und zwar unauffälliger als gerade eben. Unauffälliger als gerade eben. Halt die Klappe! Das war ein Schrittfehler! Nochmal! Abgeben! Kann ich kurz was trinken? Jetzt! Das war ein Schrittfehler! Das war ein Schrittfehler! Nochmal abgeben! Jetzt fehlt nur noch der Liebesbuch. Also, wenn ihr wollt, dass die Tagebucheinträge und die Fotos aus dem Internet kommen, dann trefft euch nicht mehr. Was? Du hast schon verstanden. So, wir hören uns jetzt erstmal den Vortrag von Günther an. Komm bitte nach vorne. Also, wenn der Adikon ist, wenn das ist, was ist das? Von dir? Darf ich? Von wem ist der? Ich lese ihn jetzt vor. Allerliebste Emma, lieb dich vom ganzen Herzen. Ich weiß, ich bin mit Luca zusammen, aber ich wollte nur nicht, dass Luca verletzt ist. Liebst du mich auch? Wenn nein, brichst du mir das Herz. Wenn ja, können wir uns treffen? Morgen um 1 Café, 16 Uhr. Schreib mir bitte zurück. Dein Verehrer, Henry. Was hast du geschehen? Luca, der steht. Henry? Nein. Sie ist ausfällig. Ja, Luca, es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer das war. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß nicht, wer es hat. Ich weiß nicht, wer es hat. Wo sind sie? Achtung, Natascha und die anderen kommen. Glockenzeichen. Los, verprügelt Henry. Warum? Los, verprügelt ihn doch einfach! Nein. Da mach ich nicht mit. Hallo? Hallo. Hallo. Ich wollte mich bei euch entschuldigen. Es tut mir unendlich leid. Ich war so blöd. Ich war einfach eifersüchtig. Wie eifersüchtig? Auf dich, Henry. Aber Maike ist jetzt meine neue Freundin. Genau. Ja, wir müssen dann auch wieder los. Tschüss. Tschüss. Musik, Endes. Untertitelung des ZDF, 2020